Hi! Willkommen zurück zur Limbo. Im Fluge beginnt diese Folge und auch gleich mit am ersten Tod. Wieso ging das denn nicht? Der springt nicht weit genug. Will der denn nicht? Da vielleicht? Also geht es nur da lang. Okay. Oh oh. Oh oh. Was erwartet mich hier? Auf jeden Fall müssen wir da hinspringen. Hotel würde es wahrscheinlich sein. Ich muss aufhören, Alter zu sagen. Ich habe in anderen Videos gesehen, dass ich, ja, dass ich viel zu oft Alter sage. Ich sage jetzt was anderes. Menno. Richtiges Timing. Nochmal. Nein, das war nicht gut. Ich muss zwei saubere Sprünge auf diesen oberen Teilen von dem Haar hinbekommen. Genau guck. Das hier ist Timing. Na, zu spät. Zu spät. Ja, viel zu spät. Ich kann hier einen Runden lang gehen. Ja, ich gehe einfach unten. Okay, ich kann hier unten lang gehen. Aber da ist ein Stromschalter. Nein. Also definitiv. Wir müssen über das Hotel. Timen. Das war schon besser. Das war schon besser. Warten. Das ist auch schon wieder zu spät. Nein, bis zu spät. Ich muss eigentlich abspringen, wenn der noch an ist, der Strom. Und gerade so landen, dass ich dann komme, wenn es aus ist. Jetzt vielleicht? Nein. Nochmal. Ganz ruhig. Nein. Oh. Okay. Ah, okay. Ein nettes Hotel. Einmal rüberschwingen. Und Schalter. Wie? Jetzt kann ich den nicht benutzen. Mach. Mach doch was. Ach, nö. Wieso macht ihr denn jetzt nichts? Ah. Okay. Das Strom ist aus. Dann kann ich jetzt mich ja hier gechillt rüber hieven über das Schild. Dann würde ich sagen, ist auch das Puzzle gesorgt. Was sollte jetzt noch passieren? Ja, easy. Oh. Okay. Was ist das? Okay. Da hängt er sich einfach mal so dran. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Kann ich da hin kommen? Nein. Kann ich ihn schieben? Okay. Was sagen wir jetzt? Bestimmt nicht da in die Pfütze springen. Hier ist nichts, ne? Kann ich das Glas irgendwie einstürzen? Okay. Ah. Okay. Ah. Kann ich von da oben drauf? Ah. Der rollt weg. Ah. Okay. Gut. Oder auch nicht. Irgendwie müssen wir wohl diese Scheibe hier zum... Jetzt! Mann. Zum Einstürzen bringen. Anscheinend ist der Fall aus dieser Höhe noch nicht heftig genug. Also heute was mit dem Wagen zu tun. Man muss ihn wahrscheinlich anschieben und... Ja. Mal schauen, ob ich das hin krieg. Nein. Okay. Nochmal das gleiche. Nochmal auf. Ne. Okay. Man muss ihn anschieben. Jetzt mal drauf. Muss man ihn umkippen? Ja. Okay. Also ich bleib dabei. Ich werde jetzt versuchen den irgendwo... Ja. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Also so dahin schieben, dass man rechtzeitig oben auf der Leiter ist, um dann auf das Glas zu springen. Stylisch. Jetzt. Rauf. Nein. Aber das wird sein. Okay. Das scheiß Ding. Das rollt aber auch immer wieder zurück. Da kann ich auch nichts ziehen. Nein. Okay. Okay. Dann muss ich jetzt mal was probieren. Jetzt drauf. Und an, 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 an. Ah. Fast. Aber das war schon gut. Nochmal das ganze. Na. Ah. Ja. Ich übe jetzt so ein bisschen springen. Also nicht, dass euch das nicht so gut ist. Wunder. Okay. Und jetzt. Ah. Zu spät. Noch mal. Und. Und nun. Jetzt. Ja. Okay. Ohja. hoffentlich schnappt jetzt nichts von unten ok wissen wir das auch dass wir da sterben also sehr gut und jetzt können wir nämlich hier bestimmt etwas schieben der pfeil zeigt nach oben gut hier mal gucken was rechts ist oh no diese komischen gehirnwürmer das war also ganz gut dass das jetzt an links gegangen bin weil sonst wären wir ja hier gegen das dingens da gelaufen und wären sowieso gestorben ich meinte wir jetzt auch aber jetzt können wir hier in das licht ohne zu sterben und jetzt kann ich nur nach rechts ob das jetzt viel besser ist keine ahnung aber das game will ist dass ich da hingehe oh ist das ein hebel ne was kommt denn jetzt runterspringen schalter fahrstuhl ich hab da ein ganz mieses gefühl da ist schon wieder ein griff den ich ziehen kann also das werde ich wahrscheinlich gleich auch müssen wo geht es denn hier ganz hin jawohl jawohl nein ich bin tot ok was mache ich nun mit dem schalter betätige um diesen kran und auch die kettensäge runter jetzt drauf und drüber springen nein blablabla ok jornierend sper Од est ja und da sind die viecher dann würde ich sagen beende ich den part an dieser stelle ich freue mich schon wie es weitergeht